Wir gehen rüber zu diese GUT. Diese GUT-Übsfolge 94, ich bin sehr gespannt. Let's go. Ich hab ein bisschen müde, muss ich sagen, heute. Ich hab nicht gut geschlafen gestern. Was ist das hier? Was ist das hier? What the fuck? Guck ich mir hier ja gerade an. Die Folgevideos dienen lebens Unterhaltung und sollen niemanden verletzen. Oder persönlich angreifen. Okay. Ein M-Erenatens-Doch-Basiat. Ja. Da habt ihr was geschrieben. Und für so ein Zitat gehört ja auch eine Fußnote. Und die Fußnote soll... Ich glaube, was ist daran schlimm? Einfach mal unter der Dusche rein, rein joinen. Ey, Leute, diese Fake-Capri-Sonne hier. Ist einfach auch von Capri-Sonne. Lol. Das ist einfach auch von Capri-Sonne. Ist einfach von Capri-Sonne. What? Wir haben gerade diskutiert, wie wir vom Mädchen wegkommen. Ich zeig euch mal, wie das bei mir und meinen Jungs ist. Ich gehe einfach in die Gruppe. Ich schreibe rein. Jungs. Gova-Trick. Schnell. Bitte. Zack. Mal gucken, wie lange das dauert, bis einer anruft. Füllen wir das Handy. Zack. Ich kriege einen Anruf. Ja, bitte. Assalamu alaikum, Bruder. Halleluja salam. Wichtig. Was ist denn los? Bruder, ich bin auf der Weg zu arbeiten. Du weißt, ich habe zwei Abfahrt und mich bestehengeblieben. Kannst du mich bitte zur Arbeit machen? Ich verpurt diesen Tag, bitte, Bruder. Lass mich nicht hier für dich. Ja, okay, ich komme jetzt, ja. Alles klar, bitte weiß ich, war sehr, sehr wichtig, ja? Ja, mache ich. Danke, bis klar. Ich muss in zwei Stunden nach der Arbeit sein, bitte. Zafi, ciao, ciao. Ja, Mann, Heiden, ciao. Zack, seid ihr weg vom Mädchen. What the fuck, Alter? What the fuck? Oh mein Gott, das sind einfach diese 200 IQ-Taktics. Wenn ein Elternteil meint... Kann mich nicht an die Folge erinnern. Nein, Sack, musst du das respektieren, aber Dreidle trotzdem immer das, was er... Wer ist der Kerl? Ihr... ...söhne, ich... ...eure Mütter, alle, die ihr da seid. Jeder, der nächste, der nächste, der nächste, der nächste, der über den Weg von euch läuft... Der ist der Kerl. ...voran, der kriegt einen Stich. Leute, sie ist einfach mit dem Fuß verstecken geblieben und die Fuß kommt einfach nicht raus. Und ich der *** einfach einfach Tiktok um Fan zu werden, inshallah. Ich mach einfach Tiktok um Fan zu werden, inshallah. Also ich find's ja okay, wenn man sagt, man darf nicht mehr drin essen, man soll draußen essen, aber das geht gar nicht. Voll die Umweltverschmutzung. Ist ja noch schlimmer wie Corona. Alter. Guck mal da, guck mal da. Ist schon echt heftig, ne? Heftig. Ist ja noch schlimmer als Corona. Ey, boah, wir sind hier in Köln, auf dem Splash beim Galeria Kaufhof, äh, auf der Galeria Kaufhofbühne. Cellos auf der Bühne, guck. Cello. Stoff Koran, Cellos auf der Bühne. Cellodrag, pumpf. Ich bin Siri, dein virtueller Assistent. Manpower. 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 Ich wusste gar nicht, dass man Siri auf männlich umstellen kann. Geht das wirklich? Geht das wirklich? Einstellungen. Siri. Siri, Stimme. Weiblich, männlich. Oha. Oha. Hey Siri. Wie geht's dir? Es geht mir gut. Danke. Ah, okay. Das ist halt die Weibstimme. Das ist die männliche. Ich bin Siri. Was? Du bist Siri? Dicker, für mich hört sich Siri aber anders an. Ich bin Siri, dein virtueller Assistent. Ich bin Siri, dein virtueller Assistent. Ich bin Siri, dein virtueller Assistent. Was? Seit wann? Seit wann gibt's einen männlichen Siri? Ist das unangenehm. Da muss ich los. Smash or Pass, TikTok Edition. Smash. Madison Beer, okay. Habe ich vom Namen schon mal gehört. Charlie D'Amelio, kenne ich nicht. Mia Khalifa, habe ich vom Namen schon mal gehört. Ist das irgendwas mit Rap, oder? Hip-Hop oder so. Dixi D'Amelio, kenne ich auch nicht. Ist das irgendwas mit YouTube? Lauren Gray, kenne ich auch nicht. Jordi El Nino, kenne ich auch nicht. Alison Ray, kenne ich auch nicht. Fick-Walter kenne ich. Ihn kenne ich. Den Ehrenmann kenne ich aus den ganzen Meme-Folgen. Sidi Osama kenne ich auch. Smash. Danke fürs Zuschauen. Ich kenne so viele von diesen ganzen Promis nicht. Was? Ne, ist doch nicht. Mia Khalifa ist doch keine Rapperin. Ihr denkt, ich verarsche euch, aber ich weiß es wirklich nicht. Meine Freundin fragt mich jeden Tag, wer Kim Kardashian ist. Und ich weiß es nicht. Die zeigt mir dann wieder von ihrer Schwester vor, dann frage ich mich, ist das Kim Kardashian. Ich weiß es nicht. Ich kenne diese ganzen Menschen nicht. Und Mia Khalifa ist für mich da, gehört da irgendwie dazu. Ich weiß es wirklich nicht. Ich muss jetzt googeln, wer Mia Khalifa ist. Diese beiden Mädchen mit den Sonnensprossen, das sind irgendwelche YouTuber. Die habe ich bei irgendeinem YouTuber, vielleicht sind das auch TikToker, aber ich habe die bei irgendeinem YouTuber in meinem Video gesehen. Ich kenne jetzt nicht so gut Mia. Also andere kann ich alle gar nicht. Mia Khalifa. Mia Khalifa. Ich dachte, das wäre eine Rapperin. Wer ist das denn? Ja, wer ist das denn? Mia Khalifa Wikipedia. Ist eine ehemalige US-amerikanische Porn-Anstellerin. Ah, ah, okay. Ah, okay. Wusste ich auch noch nicht. Hä? Komisch. Die ist auch bekannt, oder? Keine Ahnung. Das, äh, ja. Das wusste ich auch noch nicht. Das ist so unlustig. Ich weiß nicht, warum er sich dafür extra ein Polizeiauto mietet. Für so einen Low-Joke. Hören Sie mal. Hallo. Hallo. Ich dachte erst, das wäre ein Bibi mit schwarzen Haaren. Sieht ein bisschen aus wie Bibi mit schwarz. Warum sind Sie nicht in der Küche? Der Pennymarkt auf der Reeperbahn sieht jetzt aus wie eine Shisha-Bar. Knackige Dinger. Komm knabbern. Haben die geil gemacht, haben die geil gemacht. Finde ich cool, den Pennymarkt. Wollen Sie bar oder mit Karte zahlen? Mit Kindern, bitte. Egal. Ich habe das mal gewusst, hätte ich mir auch Kinder angeschafft. Oh mein Gott, ich dachte auch gerade, ist das, ist das, ist der ganz oben und springt jetzt runter, dass sie die Wolken. Nervt mich nicht. Man kann sich doch mal versprechen, ich bin auch nur Mensch. Kennt ihr jemanden, der 25 heißt und noch Wolfgang heißt? Wie war euer Tag heute im Chat? Eins in dem Tag, wenn ihr einen guten Tag hattet. Zwei in dem Tag, wenn nicht. Eins in dem Chat für Mbappé. Zwei in dem Chat für Mbappé. Wie alt ist man denn mit 14? Ich höre mich nicht. Nicht auf mein Auge. Schule ist entspannter als Schule. Ah, Wiz Khalifa ist Rapper. Ja, irgendwas mit Khalifa, ich wusste das irgendwie so. Aber die kenne ich auch nicht. Ich kenne mich in Amerika mit den, in Amerika kenne ich mich mit den ganzen Promis nicht aus. Wie ihr zu tun, als wir das nicht wissen. Ich kenne mich wirklich in Amerika mit den Promis nicht aus. Leute, ich kenne die wirklich nicht. Ich habe auch ganz schlecht, ganz schlecht gerechnet. Das ist auch einer von denen, die wir eben gesehen haben. Jetzt macht das jetzt YouTube oder TikTok? Ich dachte, es wäre TikTok. Hey guys, es ist Amirizid und ich bin super excited, mit euch mit euch mein neues YouTube-Video. Ist das wirklich für manche so schwer? Ich meine, ihr macht eigentlich nur so eine Klammer, dann könnt ihr da sowas reinschreiben. Ich habe es auch immer gehasst, diese Klammern. Ich konnte die nie. Dieses Mädchen gerade hat so eine perfekte Klammer gemacht, das kriege ich nicht hinkriegen. Ich meine, ihr macht eigentlich nur so eine Klammer, dann könnt ihr da sowas reinschreiben. Immer, immer, ich weiß, das Problem habe ich auch. Auf jeden Fall haben wir heute... Einfach jeder im Video wurde vorgestellt, aber nicht Lelano. Besuch, Althana war schon gestern hier am Start, deswegen begrüßt ihn heute. Aber wir haben heute Special Guest, Serkan aus SRK, Digger. Und, darf ich vorstellen, Michi von dem Projekt. Wird shit auf meinem Bett, Digger. Ist das Stil, Digger? Ist das Stil, Digger? Wie Lelano da noch aussah, Alter. Wenn du Among Us zu ernst nimmst. Ich war in Elektriker und habe Kabel gemacht. Bitte? Ich war in Elektriker und habe die Kabel gemacht. Kann ich jetzt im Moment nichts mit anfangen? Was waren sie? Ich habe die Kabel gemacht in Elektriker, also ich bin sicher nicht... Sie lassen sich hier nicht... Sie sind hier in der Vorlesung Umformen, Maschinenbau 1. Okay, let's go. Nice Video. Küsschen gehen raus, dann diese gut.